Willkommen zurück zu einer neuen Folge Blurvitch We have done Tape So we have done Tape I think we have something useful My God Got him I'm good. I took Peter to the basement. Whoa. Wir holen uns jetzt den Jungen, würde ich sagen. Hallo? Was ist das für ein Haus, bitteschön? Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist. Ich ahne Schlimmes. Oh Gott. 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 Das war's. Mann, ey. Das kann doch nicht sein. Äh. Da gibt es ein Video. Okay. 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 Ansehen. What the fuck? Was? What the fuck? Ich habe Angst. Egal. Ich kriege die Tür dort einfach nicht auf. Alter. Oh, Satan, du elendest, ey. Mann. Was passiert hier? Es verliert die Kraft, es gewährt die Chance, Leben in deinen Händen zu halten. Rührst du die Zweige, dann gehst du mit deinen Fingern durch ihre Knochen, drückst du sie nach unten, brichst du ihre Wirbelsäule. Sie beobachtet dich dabei. Hebst du sie einmal auf, wird sie dir niemals erlauben, sie wieder abzulegen. Und ihr Flüstern wird mit jedem Ballen deiner Faust süßer. Leckt mich am Arsch. Alter, dieses Spiel macht mich kaputt im Kopf. Ich habe blockiert mich am Arsch. Vereinbarren Sie uns nicht am Arsch. Das ist dein Fingern, Stun. Verweigt dich auf dem Pass. Ja, dann warte. Äh... Ey, ich krieg hier... Ernsthaft? Jetzt, äh... Einfach zu... Ich kann nicht mehr. Ich werde dich nicht mit runterziehen. Naja, dann geh doch deines Weges, Alter. Du nass sowieso grad los. Äh, das ist doch meine Geldbörse. Ach du Scheiße. Sag mal, so groß war doch das Haus von draußen gar nicht. Alter, Hilfe! Äh, das ist doch... Ich mag die Gäste. Wir sind in einem schönen mood heute. Okay. Ah, die Lichter? Hat jemand mich hören? Oh, turn on the lights. Was? The headlights. Turn them on. Alter, alles klar. Ja. Ja, da ist gar keiner im Auto. Was? Was? Warum hab ich das jetzt gemacht? So, was uns aber hinter dieser Tür erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin bleibt entspannt. Genießt den Tag und bye bye. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.